Wer wird neue Präsidentin oder neue Präsident in den USA? Seit Montag ist alles anders und alles offen. Zuvor hat es lange gedauert. Am Ende macht Joe Biden das Richtige und zieht sich zurück. Präsident Biden hat Historisches für sein Land und für die Demokratie weltweit geleistet. Nun ist Kamala Harris in der stärksten Position, um im November gegen Donald Trump anzutreten. Die Unterstützung durch Biden und der Verzicht von anderen Parteistars stärken ihr den Rücken. In ihrer ersten Wahlkampfrede läuft sie schon zu guter Form auf. In ihrer Zeit als Staatsanwältin in Kalifornien habe sie es mit Straftätern aller Art aufgenommen. Darunter seien Männer, die Frauen missbraucht haben oder Betrüger, die die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil gebrochen haben. Sie wisse, was Trump für ein Typ sei, sagt Harris. Der Ausgang der Wahlen in den USA ist noch unberechenbarer geworden. Aber es wird kein Durchmarsch mehr für den blondierten Ego-Mahnen. Die Amerikaner müssen sich nicht mehr zwischen zwei unbeliebten alten weißen Männern entscheiden, sondern bekommen eine echte Wahl. Dafür verdient Joe Biden mit seiner historischen Entscheidung höchste Anerkennung. Danke, Mr. President. Neben der großen politischen Dimension bringt diese Entwicklung für mich eine persönliche Frage zum Vorschein. Wie gehe ich damit um, wenn meine körperlichen und geistigen Kräfte nachlassen? Wie schaffe ich es, Jüngeren rechtzeitig ihren Weg zu bereiten und den richtigen Zeitpunkt für den Übergang zu finden und zu gestalten? Oder andersherum für die Jüngeren, wie sage ich es meinem Opa oder meiner Oma? Wie kann ich beim Vermächtnis der Alten die Spreu vom Weizen trennen und das Gute behalten? Im Psalm 90 heißt es, Gott lehre uns, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weißes Herz gewinnen. Meine Zeit und meine Kräfte sind begrenzt. Jeder weiß es, keiner hört es gern. Darüber weise werden statt stur, hektisch oder zum Egomanen, ist die Kunst im Großen wie im Kleinen, in der Weltpolitik und in unserer kleinen alltäglichen Welt. In Verbindung mit Gott kann dieses Kunststück auch mir gelingen, so ist Joe Biden als gläubigen Katholiken gelungen ist. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Diese Erfahrung gebe uns Gott, wenn wir sie brauchen. Einen guten Tag wünscht Ihnen Pfarrer Plack vom Evangelischen Forum Ingolstadt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!